Tancho Showa Omosako 50 cm frischer Sandfei, männlich, hat noch überall Sumi unterlegt, hat auch schöne Hautqualität, 50 cm ist ein gutes Maß für einen frischen Sandfei, ist in der hinteren Hälfte schon aufgewachsen, haben wir als Tosai gekauft, schöner Koi. Der Fisch ist schön weiß, auch der Kopf ist nur leicht gelb, aber wir filmen unter Kunstlicht, da sieht es etwas dramatischer aus, weil dann alles gelb ist da, die Maschine, also schöner weißer Fisch, gutes Sumi.